Hallo YouTube-Freunde und herzlich willkommen zurück zum Tutorial Let's Play mit dem Pakakutakutek Wie auch immer im Inka-Reich sind wir auf jeden Fall und einfach dass ich es mal einmal gezeigt habe Hier steht nämlich ganz klar was für Boni wir haben mit dieser Zivilisation und zwar sind das neben den Terrassenfeldern und dem Schleuderschütz, den ich auch nicht mehr habe, dass wir über die Berge laufen können Und hier steht ganz klar, keine Unterhaltskosten für Modernisierungen auf Hügel Das hätte in der letzten Folge irgendwie nicht ganz so geklappt Wobei, Moment schnell, es heisst hier Modernisierungen, das sind glaube ich diese Dinge Aber diese Dinge kosten doch gar keinen Unterhalt, also allgemein nicht Hä? Kosten auf anderen Fällen halbiert? Ich komme nicht ganz daraus Also wenn wir das hier einmal erklären könnten, wäre ich sehr froh Darum ist das ja auch ein Tutorial Let's Play und nicht ein Gottheit Profi Let's Play Aber ich bin auf etwas anderes eh gewissen worden und zwar vom Campus Wolf Danke vielmal, schön zu sehen, dass du auch wieder dabei bist Obwohl es ja ein Tutorial Let's Play ist und anscheinend ist das auch für Veteranen etwas Lustiges Das ist gut zu wissen, schön, dass du dabei bist Auf jeden Fall hast du gesagt, dass der Kampfbogenschützer Oder der Bogenschützer hat die grössere, ähm, oder besser gesagt, äh, den Fernkampf Einen grösseren Fernkampf Stimmt, den hat er auch tatsächlich jetzt gesehen, weil da steht Fernkampf 11 Ah ja, und das Katapult hat Fernkampf 8 Und zudem muss man das Katapult zuerst noch in Stellung bringen, bevor man es benutzen kann Während der Kompositbogenschütze einfach schiessen können Zwei weitere Gründe, warum man Städte mit Kompositbogenschützen angreifen und nicht mit Katapult Vielen Dank, vielen Dank für diesen Hinweis Sehr hilfreich, sehr hilfreich Nicht nur für mich, wahrscheinlich auch für andere So, jetzt sind wir aber nicht mehr im Krieg Weil Asyrien gibt es ja nicht mehr Und es stellt sich wieder die einfache Frage Was muss ich jetzt machen? Ja, was muss ich jetzt machen, wirklich? Zwei Runden geht es dann bis Petra da ist Und bis ich mir eine Strategie zu weggelegt habe, drücke ich einfach mal auf den Knopf und warte ab Und schauen, was passiert Eine Möglichkeit wäre, dass ich mal endlich Karawanen hin und her schiffen Was passiert denn da? Lübeck greift da irgendein Barbar an und versenkt ihn auch gerade, sehr schön Ja, vielleicht noch schnell etwas anderes Während das alles im Hintergrund am Laufen ist Ich bin momentan ein Wow, ich bin Bogota begegnet Wo um Himmels Willen liegt denn Bogota? Ah, da, schön Ok, danke viel mal Was wollte ich aber sagen? Wo denn da? Ah, mitten im Nebel Im Kriegsnebel Ok, cool Nein, ich bin momentan ein Civ 6 Let's Play Am schauen von einem Österreicher, der auf Gottheit spielt Und ich habe dazu noch schnell ein, zwei Wörter zu verlieren Weil, ich glaube, das Civ 6 ist irgendwie noch nicht so ganz ausbalanciert Also mit Duncksemmel, da geht noch einiges nicht ganz so rund Beziehungsweise, da unten hat es ja gar kein, kein Barbarenlager Oder sehe ich es einfach nicht? Vielleicht ist es eben noch weiter unten Wir kommen mit dir auch mal da hin Ja, also auf jeden Fall, was ich möchte sagen Ähm, ich habe gesehen, es gibt einen Mod für das Civ 6 Um die Balance-Sache ein wenig mehr in den Griff zu kommen 55 Franken, das können wir uns leisten, das machen wir Ähm, ja, es gäbe mal noch andere spannende Mods, habe ich gesehen Aber für mich immer noch kein Grund, ähm, Civ 6 zu zocken Weil ich will zuerst das hier fertig zocken Und ähm, mich beweisen als Herrscher, als Unsterblicher Schau jetzt, der Bernhard, äh, der Schweizer, der geht ab, unglaublich Ähh, haben wir Petra endlich? Haben wir sie? Ja, wir haben sie! Jaha, jetzt sind wir unschlagbar Weil dank Petra wird diese Stadt hier unten unbegreiflich stark Nur, damit ich dir das jetzt auch noch schnell zeigen kann Ähm, all diese Felder hier, bekommen jetzt plus 1 Nahrung und plus 1, äh, was ist das? Ähm, Produktion! Über! Und schau mal, dieses Feld hier, das müssen wir ja eigentlich bewirtschaften Wieso mache ich das nicht? Ähm, müssen wir gleich ändern Und weil wir ja jetzt genügend Zufriedenheit haben Wobei, nicht lange, tun wir das hier auch noch gerade bewirtschaften Dass es hier richtig abgeht Und jetzt wäre es hier an der Zeit alles andere zu bauen Zum Beispiel, ähm, Schrein, eine Bibliothek Und dann schauen wir weiter Ähm, da hat es nienes Barbarenlager Ah, ich habe ja eine Karawane Hahahaha Ähm, dann schicken wir dich doch gleich mal schnell auf Guzgo Oder auf die Wanaku Ähm, ich könnte natürlich auch auf Musunkani Aber das bringt mir nichts Ich glaube, ich schicke dich auf Guzgo Damit Guzgo schön wächst Wobei, ich könnte auch von Guzgo nach Machu Ähm, nein, da habe ich glaube noch kein Mal Da habe ich eine Karawanelager Sonst könnte ich ja das nicht machen Ähm, komm, ich schicke dich doch nach Tivanaku Dass Tivanaku noch ein bisschen wachsen tut Weil da geht es einigermassen schnell zu und her Darum machen wir das mal schnell so Und mit dir komme ich tatsächlich nur ein Felschen vorwärts Ähm, wir wollen da hinten noch schnell alles begutachten Gutachten Da kommen wir nicht weiter Dann gehen wir halt wieder Hier Wasser kann ich nicht Für das müsste ich zuerst wieder mal Oh, dort sehe ich einen Siedler Wow Die Azteken, die wollen ja richtig abgehen So, hast du das gemacht, hast du Dann gehst du mir das hier abreissen Ähm, dann kommst du mir da einen Ähm, der Wallenstein Du könntest eigentlich da schnell ein bisschen pennen Und den befestigen Da Nächste Runde Was das andere hier war Interessiert nicht Ähm, ich komme gleich gleich Ein grosser Händler über ein 17 Runden Wow Ähm, da müsste ich ein bisschen mehr Glauben produzieren Ein Spion wurde rekrutiert Wow Okay, cool Wieso denn das? Weil jemand in die Renaissance gekommen ist Aber nicht ich Oder ich auch Bin ich auch schon in der Renaissance Wir sind einmal, äh, Physik haben wir entdeckt Das ist doch schon mal gut Da hat es doch nie ein Barbarenlager, hey Was läuft Ja, wir gehen da rauf Und tun, äh, zuerst die Strasse bauen Und mit dir komme ich da rauf, dass ich da mal alles sehe Nein, jetzt komme ich da nicht mehr durch Mach mal, ich komme da durch Lüge, hast du gesehen, wo der die Stadt gebaut hat? Da Also ich meine, das ist ja jetzt wirklich Texcoco, sorry Ich weiss nicht, ob du zuschaut Aber Hier eine Stadt bauen Also bitteschön Da ist ja viel zu nahe an Jakarta dran Und Da hätte ich es jetzt noch eher hier Näher an Zürich gebaut Oder so Aber nicht einmal das Ja, lassen wir es Ich kümmere mich um meine eigenen Probleme Die sind mir viel wichtiger Äh, nein, also das Lösung der Probleme Ist mir viel wichtiger So, Tivanaku kann schon wieder etwas bauen Ein Mert Oder ein, ja Ein Mert Oder ein Kolosseum Nein, ein Mert Wette ich gerne Also wir Nein, Geld haben wir Wir bauen die Werkstatt Hier Darum Kommt hier nämlich schon gut Wir sind im Mittelalter So, so Äh, Gildene Wo haben wir denn die? Da Also Bildungswesen Wir gehen Richtung Bildungswesen Ja, wobei Nein Gehen wir nicht Wir gehen mal Richtung Gildene Das ist okay Äh, das ist okay Dann können wir einen Spion Wo wollen wir den rein tun? 22 22 22 21 Hey, technologisch sind wir ja ziemlich dabei Ähm, wir könnten aber jemanden ausspionieren Äh, wer Dich Ah, oi Du kannst Mit dir kann ich ja handeln Und zwar möchte ich gerne Zucker Für Äh, weisst du was Nein, ich möchte Marmor für Silber Was meinst du? Was völlig inakzeptabel Gibst du mir in dem Fall den Zucker für Silber? Ja, gut Danke Tschüss Jetzt habe ich nämlich Irgendwann In Tivanaku Habe ich äh Eine gute Sache gemacht Aber den Spion Wollen wir da noch rekrutieren? Und die schicke ich jetzt im Fall gerade nach Ähm Texcoco Hehehehe Nein, nein Ich schicke die nach äh Äh Jakarta Nein, den nach Titlan Das ist glaube ich die Hauptstadt Oder? Äh, ich würde mal sagen Tenoch Titlan Als Spion Tschüss Und dann Ähm Tivanaku haben sich gewidet Äh, eigentlich über den Bratislava Jaja, ist gut Nächste Runde Nächste Runde Äh, das wollen wir dann auch gleich zusammen verbinden Ah, das hier hinten müsste ich noch. Wo sind meine Strassenbauer? Die sind irgendwie noch nicht so gut unterwegs. Da müssen wir noch etwas Gas geben. Den schicke ich voraus. Hier hat es nienes Barbarenlager. Ich weiss nicht. Ich meinte, da müssten wir mal etwas machen. Aber anscheinend nicht. So, gehen wir den Zipfel erklimmen. Hier komme ich, wenn ich Glück habe, noch durch. Ah, aber ich mache es von Hand. So, gehst du mir hier hin. Aber baust du mir bitte zuerst noch die Terrasse. Oh, hier habe ich noch gar nicht Silber. Okay. Wir gehen einfach mal hier runter. Ich meinte, hier hinten war ein Barbarenlager. Aber wahrscheinlich täusche ich mich auch. Jetzt bauen wir hier auch die Werkstatt. Jawohl. Ich habe noch zwei Karawanen zur Verfügung. Und hier siehst du. Erwerb Zucker. Tivanaku Feiertag. Wachstumsbonus. Sehr schön. Das ist gut. Weil wenn Tivanaku und Cusco so schön wachsen, dann kann das abgehen wie Cheesy. Und eigentlich könnte Asur jetzt aus seiner Marionette erlösen. Weil der Widerstand ist aufgebrochen. Die Faust hier ist weggegangen. Und ich habe keine Zufriedenheit. Wobei jetzt ist natürlich gleich wieder etwas gewachsen. Sehr gut. Ähm. Ich warte hier einfach noch den hintersten Zipfel haben. Ähm. Du baust die Strasse. Hast du? Okay. Aber dann bauen wir sie hier im Fall über die Wüste. Oder nicht? Ich würde eigentlich gerne hier so die Strasse bauen. Äh. Warte. Aber ich habe ja nur hier die Strasse gebaut. Hier habe ich eine Strasse. Wieso sehe ich sie denn nicht? Ah. Schau. Hier kommt sie raus. Äh. Hier habe ich jetzt aber die Strasse. Okay. Du würdest mir hier vorschlagen. Aber nein. Nein. Ich will sie hier. Ich will sie hier haben. Hier hat es tatsächlich kein Barbarenlager. Also. Gehen wir wieder retour. Und was ist gewachsen? Cusco. Sehr schön. Ja. Was hast du mir gegeben? So einen. Ah. Okay. Das werden wir gleich mal selbst bewirtschaften. Weil ich möchte noch etwas wachsen. Und zwar mit... Hmm. Das hier müsste ich haben. Oder nein. Das habe ich ja schon. Äh. Das hier. Das hier. Die sind ja alle nichts. Wie lange geht es da noch? 5 Runden bis du mir das hier gibst. Ja. Das nützt mir aber nichts. Ja. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Komm. Das ist gut. Nimm das. Das ist okay. Und es ist aber noch eine zweite Stadt gewachsen. Machu ist auch noch gewachsen. Jawohl. Das möchte ich haben. Das finde ich gut. Super. Äh. Dann können wir hier gleich mal noch ein Steinwerk bauen. Das ist super. Das machen wir dann als nächstes. Und jetzt gehen wir aber zuerst noch auf Assur. Und die Stadt annektieren. Steigt die Unzufriedenheit um 4. Das können wir uns leisten. Ja. Aber ich will ja schliesslich. Äh. Da. Da gibt es Geld. Okay. Äh. Aber ich möchte eigentlich etwas wachsen. Äh. Da brauchen wir ein Gewichtsgebäude. Das kaufen wir uns gerade. Dann sind wir nämlich zufrieden. Und das Amphitheater kannst du dir momentan schenken. Ich will den Schrein haben. Zurück. Äh. Das haben wir jetzt gesehen. Das haben wir jetzt gesehen. Und wir gehen in die nächste Runde. Sehr gut. Sehr gut. Das läuft. Das läuft. Aber die Frage ist immer noch. Was muss ich als nächstes machen? Wollen wir unser Kriegstreiber-Turm weiterführen? Oder. Wollen wir uns ein wenig besänftigt zurückhalten? Und vor allem schauen, dass unsere Städte richtig wachsen? Einen grossen Kriegstreiber Malus habe ich ja schon. Ich mache es hier. Besser gesagt. Einen extremen Kriegstreiber Malus habe ich ja schon. Und das bedeutet eigentlich nur. dass andere Zivilisationen gewillter sind. Mehr den Krieg zu erklären. Ja. Es gibt ja verschiedene Kriegstreiber Malus von klein bis extrem. Oh. Wieso habe ich hier noch zwei noch nicht gesetzt? Ja. Auf jeden Fall. Je höher der Kriegstreiber Malus ist. Desto grösser ist die Gefahr. Dass man von anderen Staaten bzw. Zivilisationen angegriffen wird. Ähm. Wir nehmen das. Jawohl. Das habe ich gesagt. Nehmen wir. Ja. Genau. Da können wir eh noch keine Experten rein tun. Oder wie heissen die Leute? Heissen die Experten? Spezialisten. Genau. Das machen wir dann. Das machen wir dann. Aber noch nie jetzt. Ähm. So gut. Wir haben die Gilden entdeckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass die hier im Krieg sind. Wow. Denunziert Aztekenland. Ja. Wir könnten eigentlich die Azteken auch denunzieren. Weil solange da ein Schaschon zwischen dem Meer und der Azteken ist. Ähm. Ist das eigentlich cool. Kommt das machen wir. Ähm. Wir tun dich öffentlich denunzieren. Ähm. Wobei nein. Eigentlich nicht. Weil ich bin ja mit dir am Handeln. Und das kann mir ja eigentlich egal sein. Was du machst. Solange du die anderen fertig machst. Und nicht mich. Gut. Was forschen wir als nächstes? Wo sind wir eigentlich da? Ah. Wir haben. Wir können gar noch nicht schiffen. Weil wir das gar noch nie erforscht haben. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Ähm. Wollen wir richtig Schiesspulver gehen? Nein. Richtig Akustik. Wollen wir gehen? Für das brauche ich das Bildungswesen. Und dann holen wir hier mal etwas auf. Also eins, zwei, drei. Jaja. Da haben wir jetzt gerade etwas Gas gegeben. Ähm. Montezuma schmiert mir gegen euch. Aha. Äh. Das geht natürlich gar nicht. Hört auf mich auszuspionieren. Grüne Städte. Montezuma öffentlich denunzieren. Äh. Hört auf mich auszuspionieren. Wenn ihr gewählt. Danke. Schön, dass du so gut auf mich hörst. Ähm. Das haben wir in diesem Fall gesehen. Renaissance. Bratislava strebt nach Kultur. Ragusa hat das Dekanal verbunden. Ragusa wünscht sich eine Strasse. Äh. Ragusa hat Kriege gehört. Montezuma. Jaja. Jaja. Einheit benötigt Befehle. Komm ich da weg? Ja. Ich komme da gerade noch so knapp weg. Aber nur bis dahin. Haha. Shit. So. Jetzt kannst du da zurückgehen und das Weideland errichten. Du kannst mal hier rauf gehen. Du gehst mir mal hier rauf. Und du kommst mir wieder zurück. Nächste Runde. Ähm. Wieso sind wir eigentlich so schlecht punktemässig? Wir sollten eigentlich viel viel höher drinnen sein. Wir kommen jetzt gerade noch zwei Werkstätten über. Das ist ja cool. Ein Schrein und eine Bibliothek. Hey. Da sollst du jetzt gerade abgehen wie die Scheisse. Und das geht's auch. So. So. Mehr oder weniger. Also dann gehen wir hier noch einmal durch. Bratislava durch. Ähm. Da komme ich tatsächlich nicht durch. Äh. Jetzt müsste ich gleich noch eine offene Grenze haben mit dir. Oder muss ich die auflösen? Nein. Ich warte dann einfach bis ich... Tenochtitlan. Ah. Ah nein. Da ist Tenochtitlan. Da ist Teotihuacuan. Ja. Töte alles genau gleich. Ähm. Wir bleiben da und schauen zu. In diesem Kriegstriebe. Treiben. Dort unten. Ähm. Du tust mir noch nicht die Strasse bauen. Sondern machst mir hier zuerst noch ein Weide. Dann tust du mir das machen. Jawohl. Du gehst mir hier hoch und bleibst. Und du gehst mir hier hoch und bleibst. Wow. Da geht's aber ab. Ah. Ja. Cusco kann etwas bauen. Ich wäre für eine Karawane. Ja. Dann wäre ich als nächstes für einen Mert. Jawohl. Und wir führen eine neue Politik ein. Jetzt könnten wir. Ah. Das kommt erst in der Renaissance. Ah shit. Okay. Äh. Was nehmen wir? Lohnt sich das mit der Frömmigkeit? Ja. Äh. Eigentlich schon. Weil ich eine Religion habe. Und ich brauche ja noch ganz viele Pagoden. Ähm. Das bringt mir nichts. Weil ich keine Städte am Meer habe. Das habe ich zwar auch noch gerne. Aber ja. Das ist immer so. Ja. Kulturzentrum. Ich glaube. Ich gehe mal richtig Frömmigkeit. Dann haben wir hier die Stadt verbunden. Machu hat sich gewidet. Seitdem will das Jerusalem schicken. Und die Karbstadt will einen Handelsweg. Den schenke ich dir jetzt gerade in drei Runden. Die Verfrieden in Jerusalem geschlossen. Ja. Da ist immer eins hin und her. Wie viele Stutze haben wir eigentlich? Dass das so abgeht? 719. 121. 59. Also das ist viel, viel humaner als auf der Stufe Gottheit. Da bin ich ja richtig reich im Gegensatz zu uns. Minus 9 plus 3. Plus 71. Du wirst ein goldiges Zeithalter. Ah. Schau. Jetzt zeigst du mir das sogar. Montezuma hat Geld wie cheesy. Aber wir haben Philosophie. Das ist gut. Du gehst mal hier rein. Und bleibst hier drin. Und mit dir komme ich hier wieder raus. Damit ich mit dir eh nichts machen kann. Oh. Zürich. Zürich sieht so aus als Kiemster runter. Ähm. Ah. Ich komme hier nicht durch. Eigentlich würde ich gerne hier rein. Aber ich kann nicht. Also bleiben wir dabei. Nichts nächste Runde. Ja. Bratislava. Und was will Jerusalem. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Gewachsen. Du gibst mir das. Das ist gut. Dann. Ist nicht nur Gusco gewachsen. Sondern Machu auch noch gerade. Sehr schön. Äh. Das fällt. Tatsächlich. Ja. Also gut. In diesem Fall. Und ich glaube im Fall noch etwas ist gewachsen. Asur ist auch noch gerade gewachsen. Ja. Gibst mir das jetzt. Das ist okay. Was bist du am Bauern? Ein Amphitheater. Ja. Dann baust du mir halt das Amphitheater. Das ist okay. Nächste Runde. Äh. Jetzt ist gerade mein Kompi ein bisschen hängen geblieben. Aber nur weil der Pacatello mich da will irgendwie. Hey. Hallo. Geht's noch? Das lehnen wir natürlich gerade. Das heisst bedauernswert. Äh. Tut mir leid, dass ein Kluft zwischen uns entstanden ist. Ich könnte auch sagen. Ich wollte FJ sagen. Ähm. FD. Besser gesagt. Aber wenn ich das so sehe. Ähm. Wow. Hahaha. Ist gut. Ist gut. Ähm. Ist gut. Ist gut. Ähm. Komm ich bis Kapstadt oder Bratislava von hier? Ja komm ich. Kapstadt und Bratislava. Äh. Ich mache Kapstadt. Das gibt mir nämlich. Äh. Warte schnell. Du gibst mir Kultur. Aber mit dir bin ich momentan nicht so gut. Also komm. Ich gehe auf Bratislava. Ähm. Einfach um etwas gut zu tun. Mit meinen Kollegen dort. Komm ich nicht hin. Nein nein nein. Ich will hier hin. Ah. Sech. Bleibst du halt wieder dort stehen. So. Ähm. Wir müssen uns etwas rüsten. Glaube ich. gegen eine Invasion. Gegen eine neue. Ähm. Was ist gut. Was ist gut. Was ist gut. Kompositbogen schützen. Jawohl. Aber. Vielleicht sollte ich auch noch schnell einen Tempel haben. Ähm. Nein komm. Ich nehme mir noch einen Schwertkämpfer raus. Wobei das sind Langschwertkämpfer. Und zwar Spari. Eins. Zwei. Drei. Vier. Boah. Scheibe. Scheibe. Mal schauen ob das wirklich gut kommt. Zürich. Wurde von der Zivilisation als Deckelland eingenommen. Wow. Du würdest lieber gegen den Montezuma. Krieg führen. Weisst du was. Das schläge ich dir jetzt gerade vor. Ähm. Das schläge ich dir gerade vor. Weil du kannst ja anscheinend nicht von einem liken. Auf diese Idee. Komm wir handeln. Ähm. Mach doch du Krieg. Ja. Gegen den Montezuma. Äh. Du bist ja noch nicht im Krieg mit ihm. Oder nein. Äh. Ich gebe dir dafür. Ein bisschen Eisen. Ein bisschen Rosse. Und. Noch. Sagen wir. 50 Gold. Ist gut. Ah. Was willst du denn dafür. Ich fürchte jetzt keine Möglichkeit dieses Geschäft zustande zu bringen. Wieso nicht. Komm jetzt. Du nicht heikel. Ah. Verdammt. Ah. Ah. Shit. Ah. 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 Okay. Ich gebe es auf. Aber es wäre jetzt noch schön gewesen. Wenn du dir den Krieg mit Montezuma geleistet hättest. Ähm. Du bist anscheinend gewachsen. Oder was. Nein. Du bist nicht gewachsen. Oder ich sehe es einfach nicht. Ah. Mal. Ich sehe es. Da. Da. Bist du drin gewesen. Okay. Ähm. Ja. Gib mir das. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ähm. Einheit benötigt. Mit Befehlen. Ich komme da immer noch nicht weiter. Aber ich komme da mal hoch. Das ist gut. Dann bleiben wir mal dort stehen. Right. Jetzt. Ähm. Müsste ich da mal das Silber haben. Und mit dir. Komm ich da mal einfach eins runter. In den Wald. Das haben wir doch jetzt gesehen vorhin. Äh. Andersweig eigentlich ist das der Batislava. Jetzt sind wir gute Kollegen mit dir. Jawohl. Wir sind Freunde. Sehr gut. Wenn ich dir jetzt noch ein Geschenk mache. Dann gibt es mir nur 25. Ja. 11 bei 90. Ja. Brauche ich beides nicht. Ich habe beides schon. Kapstadt. Was hat eigentlich Kapstadt für Ressourcen? Wären ihr euch da eigentlich, ihr Schweizer? Wie sieht es so demografisch aus? Ich weiss, Montezuma wird militärisch zu oberste stehen. Wobei du auch militärisch voll vorne dabei sein würdest. Pocatallo. Ähm. Pocatallo. Ähm. Botschaft annehmen. Ich bin angekommen. Du hast ein paar Handelswagen mit mir. Und Notre Dame. Also das ist eigentlich meine Dame. Nicht unsere. Aber ja. Das sehen halt nicht immer alle so. Okay. Also da. Sehe ich langsam auch schwarz für Bern. Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. All right. Ähm. Kann ich das eigentlich bewässern? Ja sehr gut. Sehr gut. Das mache ich. Ähm. Da komme ich nicht mehr rein. Weil ich da nicht durchkomme. Aha. Okay. Ähm. Dann gehen wir halt da rauf. Ähm. Mit dir bleibe ich da mal stehen. Der kommt immer wie näher. Ja. Ich weiss nicht. Ich bin mit dir wirklich stehen bleiben. Ich ziehe dich mal. Da runter. Und ganz ehrlich gesagt. Würde ich dich auch gerne. Da unten haben. Weisst du was. Ich ziehe dich. Retour. Ähm. Dann äh. Da hätten wir noch so ein Feldchen. Was ich brauchen könnte. Aber. Das ist mir momentan noch etwas riskant. Weil ich sehe da einen Krieg sich anbahnen. Dann gehen wir lieber da rauf. So. Da können wir etwas produzieren. Äh. Künstlergilde. Ja klar könnte ich. Aber. Ich wäre eigentlich fast. Ja. Was hättest du. Kampf. Fienkampf. 14. Ja. Äh. Ich glaube ich brauche noch so einen Pikenier. Hast du eigentlich Kaserne da? Ja gar nicht geschaut. Baut zuerst Kaserne. Gut. Dann da. Müssten wir auch noch etwas haben. Zum Beispiel. Eine Stadtmauer wäre nicht schlecht. Könnte man das noch etwas forcieren? Ja. Das könnte man. Aber es bringt nichts. Okay. Dann nicht. Dann lassen wir es so. Nächste Runde. Ich weiss nicht wie lange es da wirklich gut kommt. Ah. Scheisse. Schau mal was da alles kommt. What? Warte. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Äh. Raghosa ist zum Glück verbündet mit Azteken. Dann kommen wir hier hin. Nein, wir kommen hier hin. Und mit dir kommen wir hier hin. Und hier bleibst du mir. Hier bleibst du mir. Hier bauen wir noch rasch. Weisst du was? Wir bauen jetzt hier die Strasse. So, jetzt gehen wir hier runter. Das kannst du mir machen. Ich brauche den hier unten, so wie es aussieht. Ich brauche hier einen zur Verteidigung. Dich brauche ich auch. Komm hier raus. Wollen wir dich hier runterziehen? Wir ziehen dich mal runter, weil hier habe ich nicht so Angst. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ganz ehrlich gesagt. Jetzt bauen wir hier den Tempel und beten zu unserem Gott, dass er uns in dieser Geschichte unterstützt. Und bauen wir noch mal einen ... Oh, Tagia Sophia. Oh, das wäre noch nice zu haben. Aber ich habe es momentan andere Probleme. Ich denke, ich brauche noch ein paar Einheiten. Wie wäre es mit einem weiteren ... Schwertkämpfer. Jawohl. Baumwolle für Montezuma beendet. Kakao für Montezuma beendet. Schade. Aber dann müssen wir schauen, wie das rauskommt. Das ist irgendwie ... Ja, das gefällt mir nicht. Aber wir sind zuversichtlich, dass das nicht zum Krieg kommt. Und wenn, dann sehen wir das in der nächsten Folge. Ich danke vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal wieder. In diesem Sinn. Cheers. Tschüss.